Hallo und herzlich willkommen zu Plenty Plants. Mein Name ist Patricia und wir schauen uns heute mal an, warum Pflanzen, die wir im Gartencenter oder Baumarkt kaufen, dort großartig aussehen und bei uns zu Hause irgendwie nicht mehr. Unheimlich oft habe ich mittlerweile gehört, ich habe einfach keinen grünen Daumen. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass das vor allem die Leute sagen, die relativ günstig ihre ersten Pflänzchen kaufen, was ja auch logisch ist, man kauft dann halt erstmal was günstiges und das wird meistens in einem Baumarkt gekauft, vielleicht noch im Gartencenter, aber sogar öfter im Baumarkt. Und dort scheint auch der Punkt versteckt zu sein, warum man angeblich keinen grünen Daumen hat. Ich möchte euch hier an der Stelle sagen, es liegt gar nicht an euch. Nein, es liegt an der Pflanze. Und ich werde euch hier in diesem Video jetzt mal Step by Step erklären, warum das passiert und was ihr tun könnt, um es vielleicht ein bisschen auszugleichen oder, was natürlich die beste Lösung wäre am Ende, das verrate ich euch auch noch. Pflanzen, die in Gartencentern und vor allem in Baumärkten stehen, wachsen zu zigtausenden und das meine ich ernst tausenden Pflanzen in riesen, riesen Gewächshäusern. Jetzt muss man sich mal überlegen, was für eine Umgebung für die Pflanze da geboten wird. Also im Gegensatz zu unserer Wohnung sind dort bis zu 30 Grad, teilweise sogar mehr, je nachdem welche Jahreszeit. Aber im Sommer kann es in so einem Gewächshaus, das weiß ich zumindest von jemandem, den ich kenne und der ein sehr, sehr großes Gewächshaus hat. Ich bin immer noch ein bisschen neidisch. Auf jeden Fall weiß ich, dass es da auch schon mal durchaus auf 35 Grad hochklettern kann. Das heißt, eure Pflanzen zu Hause, die jetzt vielleicht bei 20 bis maximal 25 Grad wahrscheinlich stehen, kriegen schon mal eine ganz andere Temperatur, als sie es gewohnt sind. Dann, nächster Punkt, der in einem Gewächshaus gegeben ist, eine hohe Luftfeuchtigkeit. Es ist einfach so, dass Pflanzen in hoher Luftfeuchtigkeit besser wachsen. Es ist einfacher für die Pflanze, das Blatt aus der Hülse zu schieben und so weiter. Sie entfalten sich schneller und damit wachsen sie eben auch einen Tacken schneller. Wir haben also bereits hohe Luftfeuchtigkeit, die das Wachstum etwas anregt oder zumindest etwas beschleunigt. Und wir haben bereits Wärme, die das Ganze beschleunigen. Die wachsen also schon nicht gerade langsam in so einem Gewächshaus, was ja auch Sinn der Sache ist, denn diese Züchter möchten natürlich Geld verdienen, logischerweise. Weil die machen das halt irgendwie nicht einfach nur aus Pflanzenliebe. Surprise! Ein weiterer Unterschied ist das Licht. In einem Gewächshaus, die meisten davon sind komplett aus Glas. Heißt, es kommt die ganze Zeit natürliches Sonnenlicht rein. Manchmal sind diese auch noch durch irgendwelche Schattennetze abgehangen oder sowas, damit nicht zu viel Licht reinkommt und damit meine ich aber nicht, es kommt wenig Licht rein, sondern damit meine ich, es kommt keine direkte Sonne rein. Dennoch bekommen die Pflanzen dort einfach viel, viel mehr Licht als bei euch zu Hause. Denn selbst in Gewächshäusern, in denen kein einziger Strahl Sonne hineinkommen sollte, gibt es auch, hängen eben Wachstumspflanzen. Auch die habt ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit eher nicht zu Hause. Ein paar von uns haben die natürlich, ich habe das mittlerweile alles hier. Ihr kennt wahrscheinlich das Fan-Zoo-Video, ansonsten verlinke ich euch das. Und da könnt ihr dann auch mal reingucken, um sowas vielleicht eventuell auszugleichen. Haben also jetzt hier wieder einen Punkt, mehr Licht als bei uns zu Hause, ebenfalls eine Beschleunigung des Wachstums. Drei Punkte bereits, die dazu führen, dass eine Pflanze schneller wächst. Das ist schon nicht schlecht. Jetzt kommt Punkt 4 und das ist somit der krasseste eigentlich, den ganz, ganz viele außer Acht lassen und an dem wir überhaupt gar nichts machen können. Weil diese drei Punkte, die ich jetzt genannt habe, könnte man ja durchaus versuchen anzupassen zu Hause, zu sagen, ja, ich habe aber eine Vitrine mit hoher Luftfeuchtigkeit, ich habe eine Heizmatte, die packe ich mir da jetzt drunter und habe hier auch meine 30 Grad, ey, kein Ding. Und trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass das eurer Pflanze nicht reichen wird. Denn Punkt 4 ist der wichtigste. Die Pflanzen, die in Gartenzentren stehen, in Baumärkten stehen und so weiter, wachsen in Gewächshäusern, in denen Hormone zugefügt werden. Also da werden die Pflanzen nicht nur normal gedüngt, wie wir das von uns zu Hause kennen, sondern wir hatten Wachstumshormone dazu getan. Das heißt, die Pflanze bereits als Baby wird gepusht on mass. Ja? Ihr könnt das nicht zu Hause weiterführen. Wie gesagt, selbst wenn ihr diese anderen drei Punkte irgendwie ausgleicht, bleibt der Punkt, dass sie die ganze Zeit von Baby an Hormone bekommen hat und plötzlich nicht mehr. Ja, der bleibt. Da könnt ihr nichts machen. Ihr werdet mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht dieses Hormon zu Hause haben. Ihr werdet das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht bekommen, außer ihr kennt jemanden aus dem Bereich, der euch das besorgen könnte. Was, glaube ich, aber auch eigentlich nicht erlaubt ist, aber ich weiß es nicht. Und ich würde es eben auch nicht machen. Denn es ist nicht normal für eine Pflanze, innerhalb so kurzer Zeit zu wachsen. Man sollte Pflanzen ganz normal wachsen lassen in der Zeit, die sie eben benötigen, ihre normalen Wachstumsperioden quasi nutzen, um da vielleicht mehr Licht zu geben, mehr Wärme und so weiter. Aber nicht, indem man Hormone hinzufügt. Das passiert natürlich einfach, damit das Ganze schneller geht, damit mehr Geld verdient werden kann. Und deshalb bekommt ihr diese Pflanzen dann eben günstig im Baumarkt oder Gartencenter. Im Baumarkt natürlich nochmal richtig, richtig günstig. Da landen dann meistens die Pflanzen, die im Gartencenter für ein paar Euro mehr bereits nicht gekauft wurden. Und dann kommt der Rest, diese ganzen, weiß ich nicht, 20.000, 30.000 Pflanzen, die in den Gärtnereien immer noch nicht verkauft sind, die kommen dann nochmal in die Baumärkte und stehen dann da. Und da die relativ frisch da stehen, sehen die halt noch nicht so doof aus, wie sie es dann irgendwann bei uns zu Hause tun. Denn so eine Pflanze braucht je nach Pflanze im Schnitt zwischen ein bis sechs Wochen, um anzuzeigen, dass die Bedingungen sich geändert haben. Es liegt also wirklich, wirklich nicht an euch, wenn diese Pflanzen bei euch zu Hause anfangen einzugehen. Der Punkt Licht in den Gewächshäusern, den könnt ihr tatsächlich gerade bei Baumarktpflanzen sehr, sehr oft sehen. Es ist zu viel Licht. Auch das führt zu oft zu mehr Wachstum. Je nachdem, sie muss dann auch, wie gesagt, gut gefüttert werden, damit das passiert. Aber das passiert ja in diesen Gewächshäusern alles. Das könnt ihr mal beobachten in Gartencentern, aber vor allem in Baumärkten bei manchen Pflanzen. Denn sie sind ausgeblichen. Ich habe da in den letzten Tagen viele Beispiele des Philodendron Prince of Orange gesehen, der so einfach nicht aussehen sollte, wie er derzeit in den Baumärkten aussieht. Und das ist eben dieser schnell, schnell, schnell züchten Punkt. Nun ist natürlich die Frage, was können wir denn dann jetzt machen? Die größte Lösung des Problems ist tatsächlich, keine Pflanzen mehr aus dem Baumarkt zu kaufen oder beim Rewe oder wo es die sonst alle gibt, wo sie rumstehen für ein paar Euro. Außer ihr wollt eben in Kauf nehmen, dass das passieren kann. Es muss nicht. Also ich habe auch schon Pflanzen aus dem Baumarkt gehabt, die es überlebt haben. Gar kein Ding. Ja, und die auch irgendwie einfach dauerhaft schön aussahen. Je nachdem, wie gut die DNA der Pflanze ist, wie stark die Pflanze ist, ist das durchaus möglich. Aber es passiert eben wesentlich öfter, dass die Pflanze, sobald sie dann irgendwie bei uns zu Hause steht, einfach nicht mehr so schick aussieht wie eben vorher. Und wir uns dann nämlich den schwarzen Peter zuschieben und sagen, ja, ich habe einfach keinen grünen Daumen. Eine andere Lösung ist natürlich, dass ihr anfangs vielleicht erstmal ein bisschen mehr Dünger gebt. Das wird die Hormone, die plötzlich fehlen, nicht ausgleichen. Aber wenn ihr jetzt die ganzen anderen Punkte wie Luftfeuchtigkeit, hohe Wärme und viel Licht plus viel Dünger zusammen nehmt, könnte es schon besser funktionieren. Denn mehr Lösungen gibt es aber nicht. Außer eben Pflanzen zu kaufen, die nachhaltig aufgezogen werden. Und mit nachhaltig meine ich nicht nachhaltig im Sinne von, das ist wirklich nachhaltig. Denn, also meiner Meinung nach, gibt es keine nachhaltigen Pflanzen. Das ist eigentlich nicht möglich. Denn irgendwoher kommen sie auf jeden Fall, werden mit dem Flugzeug transportiert oder sonst was. Es ist nie ganz nachhaltig. Also das muss man irgendwie auch mal einsehen. Aber es ist eben möglich, Pflanzen zu beziehen, die ganz normal aufwachsen. Unter normalen Bedingungen und vor allem ohne Hormone. Und genau nach denen würde ich suchen. Jetzt aber nicht zu Sallys Welt oder sowas. Rennig hatte da mal ein Video zu gemacht. Die zum Beispiel hat das ein bisschen ausgenutzt, das Thema. Und die Pflanzen dann so, so krass teuer gemacht, dass eigentlich auch keine Hilfe ist. Denn, ja, so viel Geld wird eben dann auch wieder keiner, der jetzt kein Fan von ihr ist, ausgeben wollen. Und versucht dann wahrscheinlich lieber mit der 3 Euro Baumarktpflanze. Ihr Lieben, mehr kann ich euch zu dem Thema leider gar nicht sagen. Ich wünschte, ich hätte eine Lösung, die eine echte Lösung ist. Eine, die einen zufrieden stellt. Auch mich, denn das wäre schon mal schön. Habe ich aber nicht. Ich wollte euch dennoch nicht in dem ihr glauben lassen, dass ihr keinen grünen Daumen habt. Nur weil eure Pflanzen, wenn sie bei euch zu Hause stehen, plötzlich nicht mehr so schick sind wie im Laden. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Wann auch immer ihr das Video guckt und bis zum nächsten Mal.